Schade, dass ich keine Ladungen habe. Die nerven sich wenigstens so wie die anderen Fischer. Sind das jetzt die Skalps? Sind das die anderen Fischer? Entspannen wir uns bitte. Ah, ne Detonation. Die sind eigentlich ganz lustig. Von ner Pistole nehmen wir auch... Soll ich hier ein Upgrade machen? Dumme Frage, ich hab ja nicht mehr genügend Punkte. Scheiße. Ach man, man hat immer viel zu wenig Geld. Scheiß Kapitalismus, ey. Also gut, ich behalte die Perle nahe bei mir und pass auf sie auf. Äh, mir ging's super bevor du und Cranky, der japanische Robotermann, aufgetaucht seid. Sein Name ist Ishii. Ach gut, ich bin Trashka. Ich bin... Grey. Ich wurde ausgebildet, um nicht zu werden wie... Hecker. Ach ja, ich glaub das wird ne wunderbare Freundschaft mit den dreien. Na komm. Bye, bye. Das macht irgendwie Spaß. Och Menno, schade. Hallo Trashka, wollen wir Freunde werden? Komm schon. Dann nicht. Okay, das war jetzt Verschwendung. Egal. Das war jetzt mal. Hallo? Das ist immer ewig dauert mit der Scheiß, mit dem Scheiß Maschinengewehr. Witzig. Geh doch mal ran. Woah. Yeah. Hammer. Boah, jetzt baden gehen. Nein. Das Wasser wird doch bestimmt tief genug sein. Geht aber leider nicht. Schade. Boah. Haha. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ein Pammel mal. Hoch. Genau. Ich find's immer noch erstaunlich, dass ich noch überhaupt nicht gestorben bin. Da kann ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Bin ich selbst ein bisschen überrascht. Aber ich wette, das ändert sich noch bald. Ich mein, das Spiel geht ja noch ein bisschen. Hoffe ich. Der einzige Weg. Oh, schon wieder. Oh ne, nicht ein Rad. Die sind kacke. Scheiße. So. Oha. Also die Location ist schon echt der Hammer. Wie sollen wir denn da durchkommen? Achso. Ist er tot? Der ist tot, oder? Ja. Granaten hat man auch nicht, oder? Ich glaub, das hab ich schon mal gefragt. Oh, man kann mal wieder die Peitsche bei irgendwas benutzen. Das ist ein magnetodynamischer Generator. Ja und? Die Sturmstärke der Spule könnte den ganzen Damm zerlegen. Ich hab's doch hinbekommen. Na los! Das ist doch nicht so schlimm. Was soll denn schon passieren? Was soll denn schon passieren? Außer, dass der Damm kaputt geht. Muni? Deineren Seite auch? Nein. Nein. Die Motoren lösen sich. Rein auf! Hochspannung. Hochspannung. Dann adelante! Ich finde den servivergest responding in meiner ambush zu geben. Was möchte ich für einen ganzen Damm- Berlin hier den gewesen? Komm, 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 komm! Yeah! So macht Spielen Spaß! Mann, wieso habe ich hiermit keine Ladung? Das ist doof. Oh! Sorry! Dumm, 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 dumm! Mach den zweiten Generator platt und wir sind geliefert! Am ersten hat es doch auch wunderbar funktioniert! Nämliches, nämliches Arschloch! Demo, bin ich D! Du kommst später, bis wir uns gerettet haben! Mahlzeit! Es war so klar, dass es da noch so was gibt. Wo müssen wir denn hin, ey? Ich weiß gar nicht! Hier fliegt alles durch, in die Luft und... Hallo? Scheiße! Scheiße! Was jetzt, was jetzt? Ah, Hilfe! Oh, oh! Oh! Das ist ein kleines Klischee, kann das sein? Ein kleines Klischee! Alter! Ja, Baden! Baden, Baden, Baden! 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 Hallo? Baden! Hilfe! Zum Teufel damit! Lassen wir die Würfel rollen! Uiihihi! Alter! Uiihihi! Oh! Oh-oh! Hey! Gut Gott! Guck mal! Du zuhör! Ja, ganz gut rein! Ja! tolle, wo müssen wir hin? Ach du Scheiße ey, nur am Scheiße machen, die ganze Zeit. Aua, Scheiße. Nein, 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 nein! Tsunami! Blub, blub, blub. Blub. Vierter Akt, Kapitel 1. Der einzige Weg. Puh, oi, 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 oi. Wir müssen immer alles kaputt machen ey, das geht mir gar nicht klar. Ach, und weiter geht's. Dann machen wir doch noch baden. Schön. Boah, war das Scheiße. Aber einem Genie, die dir beim Problemlösen zuzusehen, ist echt erhellend. Jedem Sarkasmus steckt auch immer ein Körnchen wahr. Ich hab die Hälfte der Zeit hier im Wasser verbracht. Stinkst trotzdem wie ein Arschloch in der Sonne. Was für ein Zufall, so heißt Ischis Aftershave. Ach, Mann. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich hier schon Scheiße gesagt habe. Oder ähnlicher Kraftausdrücke. Ein Teammitglied ist abgestürzt. Finden wir ihn, bekommen wir ein Rettungsschiff. Die Creeps haben meine Peitsche. Hat er seine Position darin gespeichert? Rauf auf die Brücke, dann finden wir seine Kapsel vielleicht. Warum flüsterst du? Die Berichte über diesen Ort sprechen von der verbotenen Zone. Kannst du mir folgen? Ah, ein gefährlicher Ort. Ja, ist der einzige gefährliche Ort. Andere war noch alles harmlos. Willst du mir das damit sagen, ey? Ja, glaub schon. Hauptsache, du bist dabei leise. Na klar, die sind ganz leise. Pass auf, warte, warte. Und, ganz leise. Ist das leise genug? Ich glaube, flüstern wäre mir doch lieber gewesen. Und eine Versorgungskapsel. Rein damit. Oh, 3000. Das klingt schon mal super. Verlockend. Upgrade nicht verfügbar. Das ist doch kacke. Oh, no. Okay, dann. Ladung kaufen, Ladung kaufen. Muni kaufen, Muni kaufen. Muni kaufen. Und zweimal Ladung und einmal Muni. Ich glaube, das müsste reichen. Äh, nein. Sondern hier. Kauf mir noch zweimal. Genau. Und weiter geht's. Oh, jetzt sieht doch schon sowas. Ja. Iii. Hilfe, 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 Hilfe... Verdammt, ich wechsel immer die Deckungstaste mit der... ...Fremd-Taste. Das ist nicht gut. Sefe! Diffelis! Diffelis! Aua! Scheiße! Au, shit! Sniper! Ist die Versorgungskapsel noch in der Nähe? Komm ich da ran? Ha, super. Didi, 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 dann rüsten wir die einfach mal aus. Wie rüste ich mich denn damit aus? Kann ich das nicht irgendwie... Kann ich das nicht benutzen? Wählen, zurück. Ich will die ausrüsten. Achso, da unten steht es ja. Aha. Was ist denn da? Was ist denn da? Jetzt habe ich die Shotgun... Ja, so ist okay. Komm, ich will die Sniper kaputt machen. ... Neeeaaauw... ... ... Daneben? Fuck! Ist doch ein Gegner? Was? Nein, verdammt! Keine Muni! Verdammt! Keine Muni, das ist echt dämlich! Na, wo seid ihr? Komm, 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 komm! Mann! Oh, komm! Nimm dich! Auf jeden Fall! Nimm dich! Hey, ich gucke mich nicht! Oh, komm! Vielen Dank.